Hallo Leute, Takeo hier. Die Waffenmeisterausbildung ist eines der Features von Guild Wars 2 Secrets of the Obscure. Durch diese Ausbildung könnt ihr die Elite-Spezialisierungswaffen losgelöst von den bisherigen Elite-Spezialisierungen auf euren Charakter nutzen. Um dieses Feature freizuschalten müsst ihr lediglich die Geschichte von Guild Wars 2 Secrets of the Obscure bis zum dritten Kapitel Mutter der Sterne spielen und dann wird euch Frode einen Brief schicken und euch auch zur Kommandozentrale am Leuchtfeuer der Zeitalter auf dem Himmelswacht Archipel rufen. Sprecht ihn dann lediglich hier an und klickt euch durch seinen Dialog, um die Waffenmeisterausbildung accountweit freizuschalten und dann auch den gleichnamigen Erfolg mit drei Erfolgspunkten zu bekommen. Ab da an können dann alle eure Charaktere ihre Elite-Spezialisierungswaffen nutzen, egal ob sie Level 80 erreicht haben oder die entsprechende Elite-Spezialisierung ausgerüstet ist. Es ist sogar egal ob ihr im Besitz der anderen Guild Wars 2 Addons seid, die Elite-Spezialisierungswaffen könnt ihr jetzt trotzdem auf euren Charakter nutzen, ganz so als wären sie schon immer Teil der Grundklasse gewesen. Das wäre es dann auch schon zu diesem kurzen Überblicks-Video gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann Leute, macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020